Ease your body Free your mind Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen Mad Night. Ich stelle dir heute die Nye Walker 750 N1 vor. Die Nye Walker 750 N1 sitzt maximal 720 Anselum und ist ein reinreißiger Thrower, so wie in etwa zum Beispiel die Thrunite Catapult V3. Hier in der höchsten Neustufe. Hier in der höchsten Neustufe. Hier in der höchsten Neustufe. Die 750 N1 besitzt zwei Hauptbetriebsmodi, die sie jeweils durch das Festziehen oder durch das Lockern des Lampenkopfes erreichen lassen. High und Low Hier in der höchste Neustufe. Hier in der höchsten Neustufe. Untertitelung des ZDF, 2020